Ja, Renu, das Musikmagazin. Und heute habe ich Gäste aus der Südpfalz. Die Band Nahani ist da. Das ist einerseits der Hans-Peter, der Oliver und der Marian. Und ich sage erstmal schönen guten Tag. Wie ist es euch? Hallo, gut. Uns geht es prima. Wir freuen uns, hier zu sein. Sehr gut. Und das erste ist natürlich Nahani. Ist das irgendwie indianisch? Weil das war so bei mir irgendwie das erste Naheliegende. Das ist richtig. Hundertprozentig. Indianisch für Silberwolf. Die, die leuchtet. Der Silberwolf, der leuchtet? Die, die leuchtet. Aber der Hans-Peter ist da der Fachmann zu decken. Also das ist ein Buchtitel. Es gibt ein kanadisches Buch aus den 60er Jahren in The Shadow of a Rainbow, Deutsch Nahani, über die Tagebücher eines Indianers, der in seiner Studentenzeit in den Ferien immerhin zurück in den Wald gegangen ist und hat eine Wölfin getroffen, ein ganzes Rudel. Und die wurde nicht gefangen. Die konnte das Eisen riechen, der Fallensteller. Und mit der hat er sich über viele Jahre angefreundet. Und die heißt, sie scheint. Also die war silbergrau und durch die Büsche hat man gesehen, wenn sie so um einen rumgeschlichen ist. Und das war eine sehr romantische Schilderung eines jungen Mannes, der einerseits studiert und die Chance ergreift, rauszukommen aus seinem Reservat. Und andererseits eine Beziehung zum Tier aufrecht zu halten. Und diese ganze Romantik, versteht man sich, hat man die gleichen Träume. Und das gilt auch für uns. Wir sind Romantiker. Richtige Romantiker. Was kennzeichnet denn so einen richtigen Romantiker? Eine gewisse Wildheit im Herzen, aber trotzdem auch eine gewisse Harmonie, eine gewisse Vergeistigung, einen Spiritismus. So diese Sachen. Und halt auch das Träumen an sich. Deswegen auch unser Albumtitel Dreams Don't Die. Träume sind wichtig. Du musst dir leben. Ich sag mal so, ihr seid ja gerade so aus den Teenager-Zeiten raus und Marianne ist das Küken in der Band. Wie hast du denn die beiden kennengelernt? Über die Musik eigentlich. Also das war eigentlich eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Oder es liegt nicht gerade nahe, dass ich ähnliche Musik höre. Aber bei uns in der Pfalz, wo alles noch ein bisschen einfach gediegener zugeht, da hat sich so eine Kommune aufgebaut. Und da gibt es viele Leute in meinem Alter auch, die solche Musik hören. Und über diesen Weg habe ich dann auch die beiden Jungs kennengelernt. Das fing so wann an? Vor sechs Jahren circa? 2006. 2006 haben wir Hans-Peter nicht eine Coverband gemacht, was uns dann irgendwann irgendwie zu langweilig wird. Dann haben wir gesagt, hey, du hast doch früher. Und wir haben früher, wir könnten doch wieder wie früher eigene Sachen machen. Wir haben ein paar alte Songs wieder ausprobiert, haben mit ein paar Musikern was ausprobiert. Dann haben wir gesagt, so und jetzt machen wir es. Und das hat sich daraus dann entwickelt, dass wir gesagt haben, jetzt probieren wir es aber noch einmal. Du hattest ja mal einen Traum, so mit 18, 19, die große Bühne und überhaupt L.A. und alles muss sein. Also dieser Wunsch. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es jetzt aber machen, machen wir es richtig. Und dann haben wir das gemacht. Ich mache zum Beispiel seit 30 Jahren angeblich Unterricht. Mir hat das wahnsinnig angekotzt, dass die Gitarrenmusik langsam verschwindet, dass alles computerisiert wird. Und mich haben tausend Leute gebeten, dann mach halt was, dann mach halt wieder was. Und das machen wir jetzt durchaus ernsthaft. Und ich mache sowieso nichts anderes als Musik. Also verlagere ich meinen Schwerpunkt wieder auf das Musikmachen und nicht auf das Musikunterrichten. Das heißt, bei euch geht es so richtig ordentlich auf die Mütze, auf der einen Seite, aber es geht natürlich auch ein bisschen leiser. An was orientiert ihr euch da? Ist das wirklich so rein euer privater Musikgeschmack? Wir orientieren uns an den großen Bands. Und jede große Band hat eine klassische Ballade. Auch wenn sie laut sind, egal. Kann man nehmen, wie man will. Und außerdem orientieren wir uns an den Geschmäckern der Leute, die noch Geld ausgeben für Gigs. Wir müssen davon leben. Und da die Plattenverkäufe eher so gehen als nach oben, leben wir natürlich von Gigs. Und das ist am besten, wenn wir Leute treffen, die sagen, uns ist das wert, ein Akustikkonzert von euch mit ein paar Mark zu sponsern. Und zwar ein paar Mark mehr als das, was ich so im Jugendzentrum kriege. Das ist wichtig. Also muss es notgedrungen eine Klientel sein, die einen Geschmack hat, der etwas breiter gestreut ist. Keine jugendspezifische Sache, sondern eine Zuhörerschaft, die halt von den Beatles bis zur ACDC erzeugt wird. Und das bieten wir natürlich auch an, auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, wie viel Gigs spielte so im Jahr roundabout? Wie viel kommen da zusammen? Wir haben im letzten Jahr, dadurch, dass wir nur Produktionen gemacht haben, letztes Jahr, da haben wir die Tour für dieses Jahr zusammengebaut. Da werden wir bis zum Jahresende scheinbar so auf 30, 40 kommen. Das steht noch nicht alles. Also wir arbeiten dann, dann kommt kurzfristig noch was rein. Die meisten Slots sind halt schon belegt. Aber es fällt immer mal einer aus, dass wir pass auf, da ist noch Zeit. Also da rutscht man noch rein. Ich schätze mal, dass wir in der Zahlung gefördert werden. Also müssen wir gucken, dass wir einen größeren Radius kriegen. Wir möchten gerne Leute ansprechen. Und nächstes Wort sind wir zum Beispiel in England. Das heißt, wir brauchen Leute, die sagen, es macht mit euch Sinn, euch ein bisschen weiter wegzuschicken. Und dann muss das Programm in irgendeiner Form international vermarktbar sein. Und wir müssen losgehen können. Also es darf uns nichts halten. Sonst investiert keiner in uns. Im vergangenen Jahr, wir haben das Album schon angesprochen, Dreams Don't Die ist erschienen. Was war euch denn wichtig bei der Produktion? Also worauf habt ihr wirklich auch Hauptaugenmerk gelegt? Weil vorher gab es halt zwei, drei EPs, akustisch. Akustisch und halt noch in der Demo damals. Ja, im Prinzip, die Gitarrenarbeit war uns sehr wichtig, vom Sound her die verschiedenen Verstärker, die Möglichkeiten zu nutzen. Und dann halt auch die Vielfalt, die in uns steht, ein bisschen zu zeigen, wenn man die CD durchhört. Da sind verschiedene Musikstile drin. Da ist die Cantre-Nummer am Schluss drin. Da sind Instrumentalsachen dabei, wo wir so verschiedene Ideen machen, um einfach ein bisschen Bandbreite reinzubringen. Wir arbeiten ja auch gerade im Akustienbereich mit anderen Musikstilen. Da hast du Sachen, die klingen so ein bisschen mehr so französisch angehauen. Deswegen gibt es ja auch den Song C'est la vie. Oder der war, glaube ich, schon älter gewesen. Für uns ist es wichtig, also im Gegensatz zu dem Marion, der ein paar Jahre jünger ist, habe ich die Schere nicht mehr. Mir ist das egal. Und ich lebe wirklich davon. Das heißt, entweder nimmt mir der Mensch das ab oder nicht. Vorspielen bringt nichts mehr. Das ist bald vorbei mit der ganzen Angelegenheit. Also mache ich es so, dass die Leute sagen, der ist echt. Und sollte ich ein Jazzrockstück machen müssen, dann mache ich das und mache es drauf. Es muss halt was mit uns zu tun haben. Die Story muss stimmen, das Feeling muss stimmen, damit die Leute überhaupt einen Pfennig ausgeben. Sonst ziehen sie sich eine DVD rein. Und das wollen wir vermeiden. Wir spielen wirklich und uns kriegst du auch wirklich richtig ohne Netz und Doppelgebot. Wobei, wenn ich das jetzt auf Facebook richtig gesehen habe, das ist zweimal Gitarre, einmal Bass. Wo kommt dann das Schlagzeug raus? Das Schlagzeug haben wir dabei. Der springt. Wir suchen natürlich einen Schlagzeug, aber momentan haben wir Springer. Wie unser Freund, der uns aushilft, weil wir einen brauchen, der auf der gleichen Wellenlänge ist. Wenn der sagt, ich kann halb 30, 40 Wochen im Jahr nicht, dann kann er nicht mit uns spielen. Das ist der Punkt. Und außerdem möchte ich ja mit dem was erarbeiten. Also wir proben viel, der muss da sein, der muss ansprechbar sein. Das kriegt man nicht. Die heutigen Profimusiker spielen in Coverbands, in zwei, drei Bands und sind an Wochenenden fort. Und ich kann mit den Leuten nichts anfangen. Ich muss was entwickeln können und dazu muss ich mich schreiben. Und jemand, der nicht da ist, ist für uns uninteressant. Deswegen haben wir Leute, die einspringen, die einfach erzeugt drauf machen, die professionell spielen können und sagen, okay, bei denen, denen auftritten bin ich dabei. Auch im Studio, da haben wir einen festen Mann. Und gesangstechnisch singt ihr alle drei so? Teilt ihr euch das ab mit dem Liedgesang? Ich mache den Liedgesang und alle anderen machen die Chorgesänge beziehungsweise wir entwickeln uns. Es kann durchaus sein, dass er einen Liedgesang macht. Und er aber momentan, weil ich die Sachen viel schreibe und weil ich halt den Druck habe, was zu schreiben zu wollen und zu müssen, dann singe ich das auch. Und ich würde sagen, dann lassen wir jetzt mal unsere Zuschauer reinhören in Nahani, damit die einen Eindruck bekommen. Ansonsten, alle Informationen gibt es natürlich bei euch auf der Seite, wo dann auch die Wölfe schon fast aus dem Bildschirm springen. Nahani.de war das, ne? Ja, oder nahani.com, beide Seiten vorhanden. Dann sage ich erst mal lieben Dank und jetzt gibt es dann hier eine kleine Musik auf der Jagalu-Bühne in Akustisch. Viel Spaß dabei.